Jo, es geht ab, Leute, willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt's endlich das Video Call-of-Duty-Spielen nach über 70 Tagen. Ich zeige euch das jetzt hier nochmal bei Letzte Spieler, Letzte Begegnung vor 75 Tagen. Also ich flunke euch hier nicht an, ich hab jetzt noch gar keine Runde gespielt. Ich hab wahrscheinlich überhaupt gar keinen A mehr. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es jetzt sein wird. Und was ich auf jeden Fall noch euch sagen wollte, und zwar hab ich vor, die nächsten Tage oder in der nächsten Woche die Serie YouTuber vs. Abonnent wieder ins Leben zu rufen. Also wo ihr gegen mich Kill-Railer machen könnt und wenn ihr gewinnt, bekommt ihr Merch von mir. Also wenn ihr drauf Bock habt, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da und schreibt auf jeden Fall eure Gamer-Texte in die Kommentare. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob ich gegen euch überhaupt noch gewinnen kann. Ich mein, ich hab jetzt über zwei Monate nicht mehr gezockt. Ich bin auf jeden Fall bestimmt ein bisschen eingerostet. Schreibt eure Gamer-Texte in die Kommentare und schreibt in die Kommentare, falls ihr drauf Bock habt. Würde mich auf jeden Fall freuen. Jetzt würde ich sagen, starten wir direkt mit der Runde in Black Ops 2. Ich hab halt keine Lust, so Black Ops 3 zu spielen, wo man überall rumfliegen kann und so. So, deswegen ganz oldschool Black Ops 2. Ich bin gespannt und let's go. Okay, Leute. Allererste Runde ist jetzt am Start. Stand-Off. Ähm. TDM. Ich bin mal gespannt, wie mein Aim sein wird. Also ich hab eigentlich schon ein bisschen Angst, so. Das wird bestimmt richtig peinlich, aber wir gucken einfach mal. Komm, da war noch einer. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga. Oh. Oh shit, die Feeds sind am Start oder what? Nice, Jungs. Drei Kills schon mal. Komm wahrscheinlich nochmal von da, oder? Oh fuck, es wurde noch einer. So. Komm, let's go jetzt, ey. Wir machen das. Drohne. Okay, eben chillen, eben chillen. Okay, die werden alle hier hinten noch sein. Döner. Oh mein Gott, Hans-Dieter. Er macht richtig ernst. Ey, Jungs, das Aim geht klar. Das Aim geht übel klar, Jungs. Oh shit. Alter, nice. Ohne Scheiß allererste Runde. Das ist jetzt kein Spaß oder so. Jetzt müssen wir aufpassen. Wir sind ein oder zwei vor Orbi, Jungs. Das kann doch nicht sein. Ich werde jetzt hier so eklig campen. Bis mir meine Teammates helfen. Okay, sind da. Orbi. Nein. Never, Digga. Ich mach doch kein Orbi. Erste Runde, Mann. Halt's Maul. Ey, fuck. Komm, EMP raus, Mann. Oh, die zweiten richtig, Alter. Lauf, Digga, lauf. Alter, wie die alle da spawnen. Komm, noch einer. Geh weg, Alter. Geh einfach weg, du Schwitzer, Boy. Oh mein Gott. Und wenn ihr Bock habt auf mehr, Leute, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Oh, scheiße. Oh, das Aim geht fit, Mann. Das Aim geht auf jeden Fall fit. Klar, es kann immer besser sein, aber es geht. Oh, da sind auch viele, glaube ich. Hilfe, Hilfe. Teammates. Oh, den treff ich nicht. Bin ich zu schlecht grad für, Mann. Hier. Petlitch. Next, Orbi. Nein, Leute, nein. Nein, wechsel zum neuen Hast. Ich bin so ein Noob, Alter. Hier. Nein! Auf was für das Streak war. Ich kann mal das sehen. 19,1, Mann. Juch. Kurz vor unnachgiebig. Alter, ich bin gar nicht mal so schlecht, ey. Ich hätte jetzt was ganz anderes erwartet. Nein. Veraimt. Oh, ich bin confident, Digga. Ja, komm, Digga. Oh nein, das sollte ich lieber nicht machen. Juch, das macht aber grad ganz Bock, Alter. Ist da noch einer? Komm. Zeigt euch. Komm, ich will den Last Kill machen, Alter. Okay, Leute. 24,1, allererste Runde. Das kann nicht wahr sein. Ohne Scheiß, Leute. Ohne Witz. Was ist das, Mann? Okay, Leute. Wenn ihr Bock habt auf mehr, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Das hat auf jeden Fall Bock gemacht, so die allererste Runde mal wieder zu zocken, Alter. Ohne Scheiß. Das ist richtig krass. Fast Nuklear, aber ja, okay, fast unabgiebig, kann man sagen. Okay, Leute, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und schreibt eure Gamertags für YouTuber, wenn ihr das Abonnent in die Kommentare. Ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Video und ciao.